Oh mein Gott, Freunde, wir eröffnen heute Real-Life-Mega-Boxen und der Brother, den wir ziehen, den muss der andere im Spiel kaufen. Wir schauen, wer wird mehr ausgeben. Was? 699 Juwelen. Digger, das tut komplett weh hier. Yeah! Hey Leute, ich bin Lukas und herzlich willkommen zu meinem neuen Brawl Stars Video. Und Freunde, ihr seht schon, wir sind endlich mal wieder mit dem Dubai am Start auf jeden Fall. Was geht, Kevin? Hallo Lukas. Genau, Freunde, also wahrscheinlich habt ihr eben so einen Burj Khalifa mit einem Ei oben gesehen, denn Kevin ist aus Dubai zurück und wir machen auf jeden Fall wieder ein sehr nices Opening-Battle, kann man so sagen. Ihr seht schon, wir sind auf einem komplett neuen Account. Wir haben hier keinen Brawler am Start, nur Shelly. Und Leute, wir haben auch die guten alten Real-Life-Mega-Boxen hier am Start. Und zwar gibt es heute eine sehr kranke Challenge. Ich zeige euch jetzt mal hier in der Handycam, da seht ihr das mal bei mir, welche Brawler in dieser Mega-Box sein können. Ihr seht schon, hier können seltene Brawler drin sein, also halt legendäre in Gold auch. Oder halt auch so normale Brawler. Und wir machen es heute so, Kevin, wir öffnen jeweils 10 von diesen Real-Life-Mega-Boxen. Und immer, genau, immer wenn ich einen Brawler ziehe, den musst du dann im Spiel kaufen. Und das hat der verloren, der mehr ausgeben musste. Das heißt, ja, wir schauen einfach mal, wer wird heute mehr ausgeben, wer hat mehr Pech sozusagen. Weil wenn ich jetzt hier zum Beispiel Leon ziehe, müsstest du den kaufen und auch mit deinem Geld bezahlen, Kevin. Oha, ey. So, Freunde, die Boxen findet ihr übrigens mit dem ersten Link in der Beschreibung. Und ihr könnt übrigens jetzt auch Rabattcode LUKAS eingeben für 5% Rabatt auf alle Produkte. Beim Bezahlen könnt ihr einfach LUKAS eingeben und auf Anwenden drücken. Und dann, genau, spart ihr eben die 5% auf jeden Kauf. So, okay, Kevin. Und da kommen auch meine 2000 Japs drauf. Und ich würde sagen, du bist ja der Gast. Du kannst gerne mal anfangen, die erste Box zu öffnen in der Camp. Okay, ich nehme jetzt einfach mal, ich glaube, diese Box sieht ganz gut aus. So, warte, ich weiß, was ist jetzt ein bisschen Platz. Du siehst es jetzt halt hier gerade leider nicht live. Aber wir machen jetzt die erste Box auf. Bam. Warte, ich sehe es doch nicht. Ja. Was? Was hast du? Was, Mac? Digga, no way. Du ziehst direkt ein legendärer. Digga, direkt am Anfang kannst du dir mal Mac kaufen, Lukas. Nein, Junge. Hat man das in der Handicam gesehen, im Roller? Sehr, sehr krass. Hier ist auf jeden Fall Mac am Start. Ja, ich habe es gerade nochmal kurz gezeigt. Du hast auf jeden Fall ein krasser Anfang, würde ich sagen, Lukas. Direkt mal so 700 Gems. Digga, der ist auch nicht reduziert. Direkt 699 Gems für mich, Junge. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, Leute, also ihr seht schon, das geht dann quasi sozusagen hier auf mein Konto, was ich ausgegeben habe. 699 Juwelen. Aua, Digga, das tut komplett weh hier. Oh mein Gott. Oh, 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 oh. Junge, Kevin, Alter, warum direkt als erstes übertreibt hier mal? Bruder, ich weiß, ich hatte ein bisschen Glück gerade, ja. Aber, Kevin, jetzt kommen auf jeden Fall deine Megabox hier. Und ich habe hier auf jeden Fall einige am Start. Ich wähle jetzt einfach mal die gute Mitte aus. Und ich nehme jetzt mal von hier unten eine, ja. Ich will die nochmal so ein bisschen streicheln, ne, damit da direkt ein legendärer drin ist. Ich hoffe jetzt auch mal auf Mac oder Amber, also auf den 700 Gems Brawler. Wir machen die ganz vorsichtig auf. Oh mein Gott. Okay, Leute. Wir machen das mal so. Ich habe viel erst mal so. Aha. Okay. Und ich würde sagen, wir ziehen den Brawler raus. 3, 2, 1. Yeah. Let's go. Hä? Ey, was hast du gezogen? Alter, Digga, ey. Ich habe übelst Lack gehabt. WTF. Oh, hä? Junge, ich habe das seltenste gezogen, was es gibt. Ich habe einfach den goldenen Crow. Was? Siehst du? Lol. Oha. Geisteskrank. Okay, Kevin. Das ist echt sehr lucky, muss ich sagen, Lukas. Ja, für mich, für dich natürlich nicht, weil du musst ihn dir jetzt kaufen auf jeden Fall. Aber ich glaube, der ist reduziert. Let's go. Nein, Lückeripp. Let's go. Okay, Freunde. Wir müssen uns leider Crow holen in 3, 2, 1. Boom. Genau. Oh mein Gott. Ey, es geht schon mal krass los. Und jetzt sind auf jeden Fall 350 Gems quasi auf deinem Ausgebekonto. Also bisher habe ich noch verloren, aber mal gucken, wie es hier weitergeht. So, sieh's auf, Lukas. Ich muss noch mal ganz kurz einmal so... Hahaha, Junge. Du streichelst deine, ich habe meine jetzt geküsst. Ja, war. So. Ich bin so ein Meilensteinlord oder Shelly. Ich werde jetzt einmal öffnen und ich werde schon mal reingreifen. Okay, was könnte das sein? Oh! Bam! Hey, wir sagten wir nicht, dass du noch ein Meilenstein hast. Bist du bereit? Ja. Junge, was? Willst du mich Pops nehmen oder was? Jinger. Ey, du hast noch ein Meilenstein. Du hast noch ein Meilenstein. Junge, Mann. 350 Juwelen. Alter, Junge. Okay. Ich bin jetzt bei schon über 1000 Juwelen einfach mal, Junge. Okay. Na gut, Kevin. Dann öffnen wir auf jeden Fall jetzt die nächste Box aber für dich. Diese hier einfach. Ich habe jetzt einfach von oben eine genommen. Ja. Hört sich nach Shelly an. Nach Shelly? Ja. Ja, ich glaube, das hört sich eher nach Amber an, würde ich mal sagen. Okay, Leute. Nee, nee, Amber ist da nicht drin. Okay, Leute. Wir öffnen die Box. Ich bin echt sehr gespannt. Oh, ich habe die sogar kaputt gemacht. Äh, naja, egal. Und jetzt erfühle ich wieder und ich fühle schon. Oh. Oh, ein sehr kleiner Brawler. Ein sehr kleiner. Fühlt sich so an, auf jeden Fall. Und... Mhm. Okay. Ja, gut. Ich glaube, das könnte gut sein. Du hast nicht rumgebrüllt. Okay, okay. Also, Leute, ihr seht den Brawler, den Kevin jetzt kaufen muss. Kevin, 3, 2, 1, zack. Penny. Ja. Mann, Alter. Das ist ja ganz entspannt. 79 Gems. Und boom. Da. Ja, ist klar, Digga. Wahrscheinlich musst du dann wieder nur so Penny kaufen, Junge. Aber, Leute, hast du noch nichts gesagt? Ich greife schon einmal rein. Die Zuschauer sehen es noch nicht. Ich sehe es auch noch nicht. Ich fühle mal. Okay, fühlt sich teuer an. Hä? Okay, eher enttäuschend, die Reaktion, würde ich mal sagen. Bist du bereit? Ja, ich bin bereit für Shelly. Bam! Na, Colt. Okay, geil. Ey, Colt ist das Beste, was hätte passieren können, Freunde. Weil Colt kostet nur 29 Gems. 29, achso. Ja, 29 Gems. Also, noch günstiger als Penny. Sehr gut. Kauf bestätigen, würde ich sagen. Und damit ist er am Start. Leute, perfekt eigentlich. Voll weird, oder? Dass Colt jetzt aus so einem seltenen Background ist. Ja, ja. Also, Freunde. Jetzt kommt auf jeden Fall die nächste Box hier wieder für Kevin. Ihr seht sie hier auf jeden Fall. Und ich würde mal sagen... Oh. Hörst du, das ist ein großer Brawler. Oh, ich sage Frank. Das ist ja krass, dass es jetzt wirklich Frank ist. Mal schauen, Leute, was Kevin hier kaufen muss. Bisher muss ich leider mehr ausgeben. Also, Kevin liegt noch vorne hier. Ich würde sagen, wir schauen mal, was drin ist. Und... Okay, okay, okay. Aber das ist auf jeden Fall der Brawler, den jetzt sich Kevin kaufen muss. Drei, zwei, eins. Zack. Lol, auch Colt. Ja, Digga, einfach auch Colt. Du Lacker, Alter. Cool. Okay. Colt ist gekauft. Das war ja entspannt, Lukas. Das war sehr nett von dir. Ja, ja. Das war doch echt nett, muss man sagen. Aber... Okay, pass auf. Ja, ja, pass auf. Hier, ich mache diese Box hier auf. Ich höre einmal kurz. Oh. Ja. Hört sich gut an. Ja, okay, mal schauen, mal schauen. Okay, wir streichen die Box nochmal einmal so. Okay, es fühlt sich an. Es fühlt sich teuer an. Oh, nein. Willst du einen Tipp abgeben? Ja, komm, wahrscheinlich. Ich sage jetzt mal Jesse. Ah, lol. Hahaha, Frank, Digga. Okay. Na gut, Frank muss auf jeden Fall auch nochmal kommen, Leute. Ähm, dementsprechend würde ich sagen, hier ist ab 169 Gems kostet Frank. Also, ist noch okay, würde ich sagen. Ja. Komm, 169 Gems jetzt auch nochmal auf mein Ausgebekonto. Ich muss jetzt mal wieder aber einen legendären für dich ziehen. Äh, nee, nee. Doch, so 700 Gems, dann sind wir ungefähr wieder gleich. Nee, lieber nicht. Und Kevin, äh, du kannst dir eine aussuchen. Welche soll ich nehmen? Oben rechts. Äh, die hier? Warte, die? Ja. Soundcheck. Okay, okay. Soundcheck sagt, da ist jetzt drin, äh, warte. Da ist jetzt drin, äh, Bo. Denkst du, da ist Bo drin? Ja. Okay. Okay, also Leute, wir schauen nach, was ist drin. Oh, Digga, ich kann's auf jeden Fall. 3, 2, 1. Okay, 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 okay. Wir haben mal wieder einen neuen Brawler am Start hier. Habe ich recht? Ist es Bo? Es ist nicht Bo, tatsächlich. Okay. Das ist dieser Brawler. Und zwar zeige ich dir den. 3, 2, 1. Es ist Jesse. Jesse musst du kaufen. Hast du da auch mal Glück gehabt? Jesse kostet 79 Gems, tatsächlich. Ah, super seltener mittlerweile. Ja, okay. Und 3, 2, 1. Bob. Okay, die bleiben nicht stehen, Freunde. Da haben wir tatsächlich die gute Jesse einmal gezogen. Box Nummer 5, soweit ich mich nicht verzähle, das ist die Lukas. Die werde ich jetzt öffnen. Okay. Ich zeige es noch nicht. Ich werde es mal reinfühlen. Loll? Nein! Oh Mann! Hä, was dachtest du denn, was es ist? Das sage ich dir nicht. Es ist auf jeden Fall... Loll! Auch Jesse! Auch Jesse! Ich dachte, ich dachte zuerst, es wäre nochmal Spike gewesen. Krass. Okay, Leute. Also auch Jesse wird hier dementsprechend gekauft. Tatsächlich, ja. Wir sind dann gleich erst bei der Hälfte. Das heißt, wir haben noch einiges hier vor uns. Wir sehen hier die Box. Ich würde mal tippen, hier vorne sind ja einige drauf. Dieses Mal ist, würde ich sagen, tatsächlich Spike drin, würde ich mal tippen. Würde ich. Spike? Ja, ja, ja. Das tippe ich. Und wir holen den Brawler raus. In 3, 2, 1, go! Oh, okay. Loll? Was ist das? Kolt? Nee. Das ist Shelly in Silber. Ja! Let's go! Mann, Digga! Shelly ist da durch Graz, Leute. Let's go! Geisteskrank, Unlucky. Junge, ich habe hier richtig Pech bisher, Mann. So, Lukas. 5 Boxen sind noch hier. Ich habe 3 oben und 2 unten. Welche möchtest du? Boah. Gib mir eine unten einfach. Eine unten? Ey, Mann. Ich habe erst einige deren bisher, Digga. Pass auf, Lukas. Ja. Pass auf, warte mal. Okay, siehs auf. Okay. Ich spiele erst mal. Oh, ist sehr teuer. Glaubst du? Oh, ja, ist sehr teuer. Warte mal. 3, 2, 1. Bist du bereit? Ja, komm, zeig. Digga, ich habe voll gewonnen. Und? Die Boxerin, Digga. Ja, ja, ja. Du Schlinge, ey. Digga, die kostet einfach 29 Gems. Easy, Leute. 29 Gems kann man sich gönnen. Gar kein Problem, Kevin. Sag ich dir ehrlich. Du bekommst jetzt richtig fett. Ich sag dir ehrlich. Welchen legendären suchst du dir aus? Gar keinen. Okay, also. Ich möchte keinen. Entweder Crow, Leon, Sandy oder Amber. Den bekommst du jetzt. Nämlich in der nächsten. Oh, nee. So. Zack. Und. Wir fühlen schon mal wieder, Leute. Wir fühlen. Ah, okay. Okay, Kevin, bist du bereit? Ja. Ja, ich bin bereit. Und. Du. Okay. Okay, du bist nicht ausgerastet. Okay. Okay, okay. Außer du prankst. Und. Es ist 3, 2, 1. Boom. Was? Digga, Sandy. Oh, mein Gott. Sehr, sehr geil. Alter, let's go. Da, Junge. Das sind die für zu 700 oder so. Ja, let's go. Oh, mein Gott. Haha. Oh, mein Gott. Nice. Nice, okay. Oh, mein Gott, Digga. Nice. Ja, ich habe ja gesagt, ne. Äh. Ich ziehe einen von denen und. Let's go. Da ist er, Freunde. Okay. Lukas, du darfst wieder aussuchen. Wir haben jetzt die Box in einem 4, in einem, in einem Quadrat angeordnet. Oben links ist eine, unten rechts. Unten links und oben rechts. Unten links, komm. Komm. Unten links, bist du dir sicher? Ja, 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 komm. Oh, mein Gott. Oh. 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 Digga, weißt du, nach was sie riecht? Nach ganz vielen Gems. Okay, ich habe sie aufgemacht. Okay. Bist du bereit? Ja. Ich habe den Gegenstein jetzt in meiner Hand. Boom, Digga. Let's go. Hä? Digga, for real? Ey, Mann, Digga. Ich muss jetzt Juwelen aufladen. Ja, du hast gar keine Gems denn dafür. Digga. Oh, mein Gott. Ja, gut, ne? Da werde ich einmal, Leute, einmal. Ich lade jetzt einfach nochmal 950 auf, in der Hoffnung, dass das reicht. Let's go. Also, Leute, die 950 Gems sind am Start. Und wir gönnen uns dann Sandy. Beziehungsweise müssen uns Sandy gönnen. Digga, das ist so belastend, Alter. Du hast schon drei Legendäre für mich gezogen, Alter. Okay, Sandy ist am Start, Freunde. Oh, mein Gott. Das bedeutet... Ey, deine Quote war schon echt gut, ne? Die Hälfte liegen in der gefühlt schon. Alter. Okay, also die vorletzte Box hier in dem Karton geht auf jeden Fall hier zu Kevin. Das ist der Sound von der Box. Und, Leute, wir haben jetzt auf jeden Fall den siebten Brawler für Kevin, glaub ich, hier. Oh, okay. Ja, müsste der siebte sein. Der fühlt sich sehr interessant an. Echt jetzt. Ja. Weißt du, wir schauen nach. Es ist... Dieser Brawler hier. Okay. Boom. Was ist das? Ach, Piper? Das ist ne. Oh, Pipa. Let's go. Okay. Krass. Ich glaube, wir haben noch... Ja, doch, wir haben... Ja, gut, wir haben an sich ein paar doppelt, aber pro Person haben wir noch keine doppelt, glaub ich, ne? Ja, genau. Das ist echt sehr krass, muss man sagen. Okay. Piper, 169 Juwelen. Aber aktuell liege ich immer noch gut in Führung, Lukas. Würde ich nur mal ganz kurz sagen. Ja, leider. Ich weiß, ich weiß. Lukas, die ist sehr... Alter, die ist übel schwer. Da sind, glaub ich, sogar zwei drin. Jo, wahrscheinlich. Sieben verbleiben einfach. Ich habe den Brawler rausgeholt. Die Zuschauer sehen ihn jetzt noch nicht. Ich sehe ihn auch noch nicht. Ich mache ihn jetzt live in meiner Hand. Mache ich ihn dir jetzt hier auf, okay? Ja, okay. Ich lasse ihn so runterfallen. Bist du bereit? Nein, nein, ich weiß so nicht. Ja, ich bin bereit. Come on. Was ist das? Ah, lol! Ist das der Nita? Lol! Ah, Ehre, Kevin. Der Nita, der absolute Ehre, Mann. Sehr geil. Ja, den kaufe ich mir gerne, Leute, für 29 Juwelen. Ja, Mann. Let's go. Auf entspannt, Leute. Wir öffnen direkt, Leute. Okay, Kevin. Ich habe hier die Box geöffnet. Oh, oh. Und... Oh mein Gott. Musst du kaufen? Ich zeige es unten zuerst. Okay. Es ist auf jeden Fall dieser Brawler hier. Und... Ja, Digga! Mech, Alter! Junge, WTF. Jetzt muss ich auch noch Gems aufladen. Digga, das ist übel asozial. Ich sage es so, wie es ist. Boah, ey, du musst jetzt auch den dritten legendären holen. Dann haben wir beide drei legendäre, ne? Ha, 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 ha. Ach, Digga. Mann! Gönn dir, Kevin. Let's go. Ey, ich glaube, es könnte jetzt nochmal richtig spannend werden, ne? Weil... Welche Gems hast du jetzt noch? Äh, jetzt habe ich noch 867. Oh! Ich habe 846 LOL Du hast mich überholt Ich glaube, dann bin ich jetzt quasi gerade vorne Ich habe also weniger ausgegeben Alter, okay, Lukas, sind noch zwei Boxen hier Ja Welche von den beiden möchtest du? Rechts Diese hier? Diese hier? Ja, diese Vielleicht ist das sogar so einer, den ich schon gekauft habe Dann wusste ich nicht Er ist draußen LOL Alter, Mr. P Oha Ist aber gut, der kostet sogar Wie viel kostet der? 350, glaube ich Nee, doch 350 Krass, ey, wir hatten noch gar keinen mythischen Brawler bisher, Leute Stimmt, lol Heftig, der erste mythische hier im Video Boah, hast du auch lang gehabt Das ist auch schon echt viel, was so ein mythischer eigentlich kostet Jaja, jetzt muss ich hoffen, dass du so zwei kleine Brawler ziehst Die so beide so 29 Gems kosten Ja Ich nehme jetzt diese Box Da kannst du nichts gegen tun jetzt Oh, oh Ich will die aber nicht Ja, doch, die kriegst du auch So, Leute Ich mach die schon mal hier auf, ne Wird jetzt hier revealed Schon mal direkt für die Zuschauer Okay, wir haben hier auf jeden Fall einen Brawler am Start Okay Es ist Boom Einfach mal der gute alte Kaktus, Digger Digger, let's go Digger, ist das asozial, Mann Ey, WZM, Leute, ich hab einfach schon jetzt so gut aufgeholt, ne Junge Mann Und dass ich den noch nicht habe, Digger Nice Gönnung, ne Kevin Oh mein Gott Jetzt hab ich nur noch 147 Gems Ich hab 518 noch, hier muss jetzt ein Legendärer drin sein Genau, das müsste der Letzte sein, ne Sonst hab ich keine Chance mehr Die letzte Box, Lukas Sollen wir den Letzten zusammen aufmachen, oder? Okay Okay, den Letzten Hier ist die Letzte für Kevin Machen wir zusammen auf, würde ich sagen Wir ziehen gleichzeitig raus, dass unsere Zuschauer das schon mal sehen Drei Zwei Eins Okay, ja Lol Bist du bereit? Ja Sollen wir die Cam zeigen, ne? Ja Drei Zwei Eins Go Ah, Shelly, Digger Wahnsinn, was hast du? Bro Aber du hast den Bro Aber den hab ich, oh mein Gott Den hab ich schon Lass du echt übelst Glück gehabt, nochmal Oh mein Gott, Digger Aber du hast trotzdem gewonnen Genau Ich hab auf jeden Fall gewonnen Warum zieh ich den Shelly, Digger? Warum zieh ich den Shelly? Genau, Leute Ihr seht ja nochmal bei mir alle, die ich gezogen habe Also das bedeutet, ich hab echt nochmal gewonnen Obwohl es eigentlich nicht so gut aussah am Anfang Sehr geil Ja, Leute Lasst auf jeden Fall Like da Kostet uns Abo Check Kevin ab Wir sehen uns Und ciao 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 Bis zum nächsten Mal.